Der Schrei geht jetzt ins Marken, da schlacken euch die Ohren. Brüder und Schau! Hört ihr diesen Schrei? Also das jetzt wieder für alle neue Haare schritte Teufel ein. Wir stehen um die Lüge und wir schauen, was ist drin. Ein Junge? Nein. Ein Mädchen? Nein! Ein unbedingtes Ding! Hey! Glückwunsch, was hat er bei der Lüge auf der Jumel-Legel? Hey! Unbedingtes Ding, unbedingtes Ding, alle Leute sind unter Nacht und über den Ding. Unbedingtes Ding, unbedingtes Ding, alle Leute sind unter den Seiten, alle Leute sind unter den Seiten.